Die Bogenschützenkaserne passt nicht. Gut, dann machen wir es. Hier muss man... Treadkifferkaserne... Und Bogenschützenkaserne hier hin. Gut. Ah, und hier können wir auch irgendwas noch rein, irgendwann. Wirtzhaus vielleicht? Ja, wenn da ein Wirtzhaus reinpasst, passt da auch super eine Taverne rein. Und ja, hier ist nur Jagdbild. Keine Schafe, keine Kühe. Ne. Alles klar! Äh, und jetzt? Könnte ich nochmal 50 Holz da reinstecken? Auf euren Befehl! Alles klar! Also, nee, das bringt, so wie es aussieht, nicht wirklich was. Verstanden! Ja, Lagerhaus ausbauen ist eine gute Idee erstmal. Auf diesem Weg heimreiten? Jawohl! Ist keine gute Idee. Verstanden! Die ausbauen ist eine bessere Idee. Und Stein nutzen, um hier Zeug auszubauen. Wäre auch keine so verkehrte Idee. Okay. Schroeder geht's. Dschloch. Dschloch. Schroeder. Schroeder geht's. Schroeder geht's. So. So. Den da noch anschließen. Das Gelände ist blockiert, die könnte ich eigentlich noch ausbauen. Fertig. Ja, es ist blöd, dass die so angelegten Straßen nicht richtig reinhaken. Und vor allem an solchen Stellen ist das dann ärgerlich. Das heißt, wir müssen das Feld abreißen. Die Felder. So. Passt jetzt hier keins mehr hin, also müssen wir das hier auch abbeißen. Und hier zwei neue setzen, so. Das wäre erledigt. Verstanden. Hey. Wie ihr wünscht. Euch in die Burg zurückschicken. Hier einen zweiten Stein jetzt mal errichten. So, erst mal eine Jägerhütte sollte reichen. Und ja, die Straße sollte ich dann mal... Wenigstens noch... Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So, Winter ist vorbei. Ist gut. So. So, jetzt muss ich gleich mal ein. So. 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 Ja, hier bauen ist wieder problematischer. So, das passt einigermaßen. Oh ja, und eine Apotheke sollten wir jetzt eigentlich ja auch errichten mittlerweile. So, hier ist Platz für eine Apotheke. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Es ist gut, dass wir den neuen bauen. So, hier habe ich jetzt noch Block, wo ich Zeug hinpacken kann und hier kann ich Zeug hinpacken. Also ja, einen dritten Steinbruch, den kann ich mir auf jeden Fall noch einnehmen. Jetzt gucken wir mal, haben sich die verbündet da versammelt oder kann ich die jetzt im Hafen ausbilden. Oh ja, wenn ich schon hier bin, nehmen wir auch bitte gleich das Territorium ein. Oh, Kühe. Hm, Kühe praktisch. Also ja, im K wäre nicht schlecht. Wir haben ein Territorium eingenommen. So. Jetzt habe ich hier Kühe, die ich noch nutzen kann. Ganz ehrlich, da hier so viel freie Fläche ist, dann richte ich hier meine die Imkerhütte ausbauen und spendiert dem Imker euch noch zwei Bienensteck. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wie ihr wünscht. So, jetzt habe ich Zugriff zu noch einem Steinbruch. Den sollten wir am besten auch gleich mal besitzen. So. Eine Milchbauern fehlt es an Kühen. Die sollten ja jetzt kommen. Ach ja, der Abothekeausbau wäre auch nicht verkehrt. Hei! Hei! Jawohl! Da der Kleine hat B-Aufstellung, die Baditen loszuwerden, gleichzeitig das Stadttor errichten. Ah, ich hätte eine bessere Idee. Das Gelände ist so, ne. Ach, ernsthaft, ey. Dann lassen wir da erst mal die Mauer. Darum zu probieren, habe ich jetzt gerade nämlich auch so keine großartige Lust. Na, was könnten wir gerade noch machen, außer eine Armee aufstellen? Kufa, ne, der Imker ist ja schon weit genug ausgebaut. Oh, unser Essen beim Auge behalten. Einen Bäcker auf jeden Fall noch. Und da wir ja jetzt ein bisschen Käse produzieren, auch eine Käserei. Und ja, mit dem Jagdbild können wir uns auch noch ein Wurst leisten. Der Watt mäßig sieht es ja gut aus. Oh, okay. Du bist noch zu da dran gewesen, Egal. Kirche ausbauen. Na gut, machen wir das auch noch. Okay. Steinbezitten noch ausbauen. Oh, dann sollten wir wieder was speichern und cut machen. Okay, also das ausbauen, das ausbauen, das ausbauen und dann speichern wir jetzt erst einmal. Jo, wir haben gespeichert. Also gibt es jetzt mal einen Cut. Bis gleich.